hallo hallo und willkommen zu Minecraft Hardcore Let's Play Season 2 im Multiplayer Nein 3 ist es Nein im Multiplayer ist es 2 Ich hab auch ein bisschen lag Dann mach die Begrüßung Also muss ich noch irgendwas einstellen, was gegen die lags arbeitet Schau mal, Brightness ein bisschen runter, dann sieht das ganze geiler aus Ich hab die Tension Ja, ich weiß Gespenster Ich steck dir ein Zahmen aus, geh dich um, komm Ich hab... Au Also gut, hallo hallo ihr Minima und willkommen zu Minecraft Hardcore Let's Play Season 2 im Multiplayer Nein 3 ist es Nein im Multiplayer ist es 2 Oder? Ah ne 3, hast recht 3 hast recht Okay gut Das dabei ist... Ja, weil ich dich jetzt als erster gesehen habe, musst du dich jetzt als erster vorstellen Boom Okay Ja, nun sieht man da Okay, und Jonas Hallo So Mich kennt ihr ja schon Ich zock ja auch in letzter Zeit recht viel Minecraft Und ich baue Holz ab Spielen wir zusammen oder spielen wir alleine wie in Terraria damals? Äh, ich würde sagen Minecraft Hardcore kann man schon mal zusammen spielen, vor allem als Minecraft Okay So, ich hab jetzt natürlich ein bisschen dumm im Singleplayer verwende ich nämlich den Tornado Mod Das jetzt ein bisschen sich grafisch auf das hier auswirkt, auf dem Multiplayer Ja Zum Beispiel die Wellen da die ihr seht oder die Wetter die manchmal durch die Luft fliegen werden und Wind Geräusche Und das war's auch Und im Endeffekt natürlich wieder schöne Melodie Von Lamulana diesmal Lamulana kennt man ja vielleicht, weiß ich nicht Und ihr beide müsst auch mal was sagen hier Ja, ich... Ich hab's nichts zu sagen, ich bin eine stille Persönlichkeit Ja, hahaha Ihr müsst wissen, der Boki, der wollte unbedingt, dass wir Minecraft aufnehmen Und jetzt muss auch was sagen Ja, sag mal was Ich hab nämlich auch Muten und... Ja, ich würd mal sagen wir... wir fangen jetzt erstmal an und bauen mega viel... Von... Dass ich so schnell nach oben schwimmen ist natürlich auch ein Nachkehr von dem Mod Von dem... Hecker VonQne ritual oder Mord... aber egal Pffh.. ist egal Haha Sückt ja keinen Wenn ich nicht schwimme dann muss das gar keinen Mhmh... nicht gut ich leide schon zählt wieder wer rausfliegt der ist rausgeflogen das heißt so viel wie wenn ich rausfliege dann muss Jonas aufnehmen oh ja toll übrigens ich hab ähm ja Smatter gesehen also toll ist die Qualität auch jetzt nicht durch TeamSpeak mein also ich höre mich da richtig bescheiden ja ich weiß ja aber in Skype höre ich hab ich gar keinen Sound richtigen ach warum müssen war doch vorhin so wird auch nur mit Mein Kampf zu also wie ist immer noch bei Hardcombo und so ja und da die man das Mikrofon geöffnet mal gucken ob die dieses auch gehört ob ich dieses mal wieder erschossen wird der Holzmilde ist nicht dabei ich sammle im übrigen schon Steine wir müssen uns dabei mal irgendwo ansiedeln ich weiß gar nicht was es jetzt für eine Melodie ist ich kann das ja immer mal so sagen ich kann das ja immer mal so sagen ich will doch von uns auch zahmen raus oder was war dir eigentlich ich bin aus der Rolle oder in so einem Loch dass ich mir gerade gebuddelt habe um Steine zu summen ich bin ich bin nahe so war ich habe Hunger aus ich mache mir eine Holz achten eine Holzspitze ich bin der Dr. Stein ja meine ich auch Stein ja meine ich auch Stein ein noch zwei Stück ein Stück nur das mit Fleisch okay aber auch nun zum Weg zum Mann seiner Mann haben sie gestohlen so sollt man ihn eher davon und so ist was ich bin nur recht nah am Sporn dran ich jetzt morgen komplett verfallen sehr gut ich nehme uns verbringen Siehst du das Dschungelgebiet von dir aus, Säber? Das ist immer auf dem Boden. Ich sehe das Dschungelgebiet. Ich weiß zumindest, was es ist. Nicht das Dschungelgebiet, sondern das Sumpfgebiet. Ja, da war ich gerade auch schon. Kommst du mal da hier? Ist ein Bunky da auch. Weiß ich nicht, wo Bunky ist. Ich sehe Säber. Okay, ich sehe Bunky. Wollen wir eigentlich dann immer so eine Einleitung machen? So eine kleine, ja, oder? Eine Einleitung? Ja, so von wegen Begrüßung und nicht einfach nur drauf aufnehmen. Also alle 15 Minuten, 20 Minuten oder so. Ja, oder alle 10 Minuten ist mir egal. Ein Splitscreen wird es scheinbar doch nicht. Nein, aber du hast auch nicht gesagt, dass ich aufnehmen soll. Sonst hätte ich aufgenommen. Du hast sicher beschwert, dass dein Ton nicht geht. Ja, nun, Skype nicht. TS geht schon. Ja, TS ist blöd. Ja, TS geht schon, aber hört sich halt boah an. Ah ja. Passiert. Bunky, wo bist du? Da hinten ist Jonas. Ja, das hier ist der Bunky. Wir gehen am besten einfach mal hier irgendwo lang, oder? Ich bin schon am Hunger leiden. Also, sammle du mal schön. Warte mal, Bunky, hier kriegst du... Die Schweine nicht getötet, die Schweine nicht getötet. Die kriegst von mir ein bisschen Werkzeug. Ja, hier wird mir schon wieder voll ausgeschlossen, aber doch ja. Ja. Spitzhacke habe ich selber, gell? Auch eine aus Stein. Ja. Sehr gut. Wo seid ihr? Mann. Wo bist du? Ich weiß ungefähr, wo ihr seid. Ein Schwert und eine Axt hast du aber nicht, oder? Ah, genau, da ist halt hier. Hier und hier. Das ist mir ein bisschen Stein. Plan. Okay, danke. Boah, ich habe kleine Frame Drops, das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn ich in eine Höhle gehe, werde ich erstmal die Ding runterstellen, hier die Render Distance. Die ist jetzt schon auch normal und trotzdem habe ich schon Frame Drops. Ich glaube, es wird gleich dunkel, weshalb wir es bauen. Nein, ganz, ganz schnell sogar. Hier ist jemand, du hast Essen gebraucht. Ich habe leider nicht mehr. Gib mir mal eine Spitzhacke. Gib mir eine Spitzhacke. Okay. Bauen wir uns einen Boden rein, oder? Das finde ich hässlich, aber gut, wie du meinst. Ja, wir können ja uns ein schönes Haus bauen, wenn Tag wird. Ja, wir laufen noch ein bisschen irgendwo. Hallo, Chickens. Ich habe Kohle, dann können wir die braten. Ah, gut, du hast Kohle. Kohle, ja. Ich habe viel Fleisch. Wir können uns auch ausbauen. Hier finde ich eigentlich schön. Hier ist ein Ding. Ich würde aber auf der anderen Seite bauen, da hinten. Da hinten waren Schafe, ich habe kein Schaf gesehen. Ah. Schafe töten. Ich würde sagen, ich gehe mal auf die direkt gegenüberliegende Seite. Oh, die Musik ist doch wunderschön, ey. Drum kommst du mit? Okay. Da hinten. Bauen wir da ein Hütchen hin. Die Schafe mähen nicht. Ich muss erstmal... Ich habe sie bestimmt geschlagen. Ich habe sie sogar getötet. Weil ich brauche die Wolle. Drei Wolle habe ich schon. Ich brauche neun Wolle. Und es wird dunkel, scheiße. Wo seid ihr? Du brauchst die Betten bei einem See. Die Betten. Dass wir Tag machen können. Richtig. Das ist ein Ocelot. Oh, ich habe Putsch. Machst du mal Fackelnholz... Äh, Bunk. Jetzt würde ich mich... Wie wolltest du mich nennen? Entschuldigung. Jetzt würde ich mich... Das ist ein Cave. ...so richtig beleidigt. Ich bin ein Abfall. Hammer geil. Ey, lass mich hier voll alleine. Ich könnte es gleich sterben. Okay, wenn da das Cave ist, dann bauen wir hier ein Haus hin. Weil ich keinen Bock habe auf ein Cave. Also da ist es erstmal zuzubauen. Bunk, kommen wir nochmal raus. Okay. Ich setze hier die Fackeln dran. Eine oder so. Das war voll desi-like. Boah, habe ich schon lange nicht mehr richtig meinen Griff gezockt. Ich glaube, wenn ich diesen Mod rausnehme, den... Oh, fuck. Den... Tornado-Mod, dann leckt es auch wesentlich weniger, weil da keine Wellen mehr sind und keine Blätter mehr durch die Luft fliegen und was weiß ich. Also kann ich mich hier ganz schnell ausloggen. Und das machen. Das Mining-Gebäude ist eins weiter, Seba. Was für ein Mining-Gebäude? Wir haben schon ein Mining-Ding. Da ist ein Cave. Oh. Oh, schluck auf. Ich saugere gerade unser Haus ein bisschen auf. Warte. Ich will gar nicht so weit gehen. Ich möchte bloß Eisen haben, um eine Rüstung für uns zu bauen. Und auf jeden Fall baue ich gleich mal ein Mining-Gebäude. Skelett. Ich habe das letzte Mal so richtig aktiv Minecraft gespielt. Als wir damals noch Ultra Hardcore gespielt haben. Weißt du noch, Funk? Nein. Weißt du nicht mehr? Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich aktiv so richtig Minecraft gezockt habe. Ich finde, Minecraft ist immer noch mein Lieblingsspiel. Okay, never they see. Und deswegen... Bei mir gibt es echt das Minecraft. Zurzeit, ja. Zurzeit ist Minecraft schon. Ja. Ich habe übrigens mein Skin überarbeitet. Ähm, das sieht man jetzt auch mal im Video. Jetzt habe ich nicht mehr diese Hero-Bine-Augen, sondern normale Augen. Das ist sehr viel schöner. Hast du mal was zu messen, Jonas? Ähm. Wenn du Kohle hast, tu es in den Ofen rein. Habe ich schon. Ich weiß nicht, ich habe Angst vor einem Krüter oder so. Oh, wie viel. Zahn-Milken-Steine. Ich habe eh wie vieles die Schweine tötet. Das sehe ich. Weil es auch keine Zahn-Milken sind, die wir trotzdem. So, dann taktak. Lalalala. Und eine Stone-Schaufel. Oh, mama. Leute, wisst ihr, was ich gerne hätte? Eine Earth-Born-Mod. Oder... Mein Feld. Ja, dein Feld muss ich ein bisschen kaputt machen. Und wenn hier so ein Creeper auftritt, dass man so PC rocken und dann alle wegkicken. So. So, ich drücke hier zur Zeit Privat-Eufbauen. Und Fire-Embro. Schon mit ein Skelett. Ach, fick dich. Egal. Oh, das hat ein Enchanted-Bow. Fuck, macht das viel Schaden. Stirb! Alter! Sterbige... Zombie, okay. Verdammt, war das Gelätschöse, ey. Das hat drei Schaden mit einem Schuss gemacht. Und dann baue ich hinten, da fällt das Ding, das Strip-Mine an, okay. Wobei, ich denke, dass ich nicht Strip-Minen werde. Ja, es ist so. Ja, es sind Silber und ich umso mehr wahrscheinlich. Ja, ich werde richtig meinen. Das geht, ich finde, da kriege ich mehr raus als so. Ja, vielleicht hast du einfach das Glück, aber... Normalerweise ist es aber auch gefährlicher. Es ist viel gefährlicher. Gut, es gibt ja Leute, die in einem Hardcore-Let's-Play beim Strip-Minen in ein Loch fallen und von einem Creeper gekillt werden. Oder in Lava schwimmen. Gibt es das auch? Ja, das soll es auch geben. Aber solche Leute... Solche Leute kenne ich natürlich nicht. Vom zweiten Rennen. Ich würde eher sagen, dass wir einfach Steam spielen. Das tun wir ja auch. Ja, ich würde auch sagen, so recht, dass wir auch zusammen rumlaufen. Ich bin gerade einfach in einem Cave drin und sammle Kohle und Eisen. Ich bin nicht immer so, sondern ich baue zu Hause ein bisschen schön. Ich möchte bloß einfach, dass wir uns schon halbwegs Rüstungen bauen können. Ich baue zu Hause ein bisschen schön wenigstens. Oder geht es weiter runter? Schön, musst du ja wissen. Du musst du ja wissen. Du musst es ja nicht sofort so durchprügeln, das L.T. Ja, du kannst rügeln, weißt du, du nimmst ja nicht auf. Ah ja, und? Bei mir dauert das Hochladen ja schon acht Jahre. Oh, da fährt kein jemand. Oh, da wird es dunkel. Oh, ich habe noch mein Getränk. Jetzt habe ich gerade nach links geguckt. Oh, Mann! Das, weil ich nach links geguckt habe, nicht in ein Loch. Uh, dann kommt da Betten rein. Ah, nein. Hier kommt da Betten rein. Das gleiche habe ich auf meinem Server auch gebaut. Da. So ähnlich zumindest von der Aufbaute her. Sieht so ziemlich genau so aus. So, da kommen die drei Betten rein. Das machen wir bloß mit Kappel. Koplinchen. Aber wir haben bloß einen scheiß Ofen. Ja, da sind wir ein ganzes. Drei Backpensches dafür, das gleiche sich alles aus. Passt schon. Wuscht du mal in den Ofen, ein bisschen Kohle rein, selber? Moment. Ich habe nämlich mega viel Fleisch gesammelt. Mach ich glatt. sie so gut sie kommen sie werden sein und nur da das zu tun bei meinem Ofen ist mega viel fleisch drin jetzt geht die Zerke Das ist im Übrigen die Melodie Ich hab Bogen, sehr gut The Binding of Isaac Sehr, 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 sehr Schleiß Ich hab ein bisschen Schleiß genommen So und Ich tue hier So Spitzsacken, Schaufeln Fleisch Und es ist schon wieder Tag Na gut, dann gehe ich nochmal Ich glaube, in der Nacht ist es in einem Cave wesentlich sicherer als tagsüber, weil das Bohr in ganz vielen Montseher um überall von Cape, wenn ich an dem Cave So, ich brauch nur Spitzsacken Ich auch Damals Spitzspin Dann Schwert Zack Das sorgt, dass mich wie langsam es geht mit einer Dingsspitzung, Steinspitzsacken Das wird meinst du schon Ja, Rathen auf der Höhe ich bin Sechzehn 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 Ähm, warte Was wollte ich machen? Irgendwas mit Bauenmeel, ich weiß es Ähm Was fällt düngend? Nein, das ist anders Das können manche Menschen noch ohne Bauenmeel Ah, ja genau, stimmt Das wollte ich Ich nehme mal den einen Knochen, das ist aber okay Okay Das ist ein Erinnerungsstück als deine Kursmutter, hör auf damit Ja, echt mal Ja, ne Alzheimer, fängst um So So, gut Das passt schon mal Zack, zack So, ich mache mir schon Eisen-Tools So Du hast auch schon ein bisschen gesammelt Ja Das restliche Eisen, das ist im Ofen und das, das könnt ihr ruhig haben Ist mir egal Ich gehe erstmal wieder ein bisschen Weil ich denke mal nicht, dass das Fleisch ganz reichen wird Ich habe Angst vor Creepern, aber egal Ich gehe schon nicht genau ein bisschen los Ziel ist natürlich, wie der Enderang den Ich glaube, so langsam könnten wir die erste Folge mal abschließen, oder? Ja Ich denke eh schon, dass es mehr als eine Folge ist Sorry, ja 20, 25 Minuten eine Folge, mein Gott, ist mir egal Also Bis denn Tschüss